Hallo zu mir, ich bin Enrico und arbeite bei der Steinmeheizung in Schwande. Hallo zusammen, ich bin Leard und ich arbeite auch bei der Steinmeheizung in Schwande als Heizungsinstallateur. Heute wollen wir euch einen Einblick ins Berufsleben verschaffen, also kommt mit. Aufgaben eines Heizungsinstallateurs sind Heizungsinstallationen, Service einer Heizungsanlage und Schweissarbeiten. Da bin ich gerade im Aufbau am Einschweissen für einen Temperaturfeiner. Schweisse tue ich sehr gerne, damit man am Schluss sieht, was man gemacht hat. Da bin ich jetzt gerade das Rohr am Beugen und als allererstes muss ich mit dem Schweissbrenner das Rohrglühig machen, damit ich es danach beugen kann. Die Anforderungen für unseren Beruf sind technisches Verständnis, räumliches Vorstellungsvermögen, Teamfähigkeit und Freude an dem Umgang mit Menschen. Es gibt viele gute Gründe, bei Steinmeheizung eine Lehre zu machen. Wir haben ein gutes, junges Team, wir haben gute Chefen und wir haben eine vielzeitige Arbeit. Und wenn man etwas nicht versteht, dann ist immer jemand für dich da. Ich hoffe, ihr habt einen spannenden Einblick in unseren Berufswald bekommen. Für uns ja, dann bewerben wir! 5. Farbe. 5. 4. 6.